Musik Ja, wir sind hier bei der Ausstellungseröffnung zu Rosemarie Trockel. Und da haben Schüler unserer Schule mitgewirkt, und zwar die Klasse 6. Sie hat Tierhäuser gebohrt und Rosemarie Trockel ist eine ganz weltbekannte Künstlerin aus Schwerde. Sie ist in Schwerde gebohrt und das steht auch unter jedem Schild in jedem Museum, dass sie in Schwerde gebohrt ist. Und deswegen haben wir uns mit der Beschäftigung. Und die EF macht auch noch mit mit einem Kunstkurs und die hat eine Fotoserie gemacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ja, wir haben im Rahmen des Kunstkurses Rosemarie Trockel eine Fotoarbeit gemacht. Wir haben uns gegenseitig in Gruppen Tipps gegeben, wie wir am besten unser Bild gestalten können und wie wir die besten Kontakte hinkriegen können. Und ja. Also ich habe da mal ein Bild halt darauf geachtet, den Kontrast zu sehen. zwischen dieser Schule und dem inneren Kind noch, dass man eigentlich auch ein Kind sein möchte, aber die Schule schon so schnell, so viel von allem verlangt, sodass man eben zuerst ist und das ist wirklich gut, das macht uns gut. Hallo! Vielen Dank.